Was mich besonders daran interessiert hat, als ich davon hörte, ist die Möglichkeit der Nachbildung der realen Welt. Weniger die Tatsache, dass es sich dabei um ein Spiel handelt. Diesbezüglich hat es ja auch viele Gemeinsamkeiten mit anderen Spielen. Die Replikation oder Simulation der Realität war es, die ich reizvoll fand. Und mich interessiert insbesondere der Bezug zwischen einem Spiel wie Minecraft, bei dem man ja extrem schnell Gebäude und Städte entstehen lassen, ja praktisch wie von Zauberhand ganze Welten gestalten kann, und der Tatsache, dass auf ganz ähnliche Weise heute mehr und mehr unsere Städte gebaut werden. So schnell, dass Städte fast schon mit der gleichen Geschwindigkeit aus dem Boden schießen wie bei Minecraft. Dieser rasante, spontane, aber auch kollaborative Charakter erinnert mich sehr an die Art, wie heute Architektur oder Städtebau funktioniert. Natürlich spielen diese Elemente durchaus eine Rolle, aber wie ich schon sagte, ums Überleben oder um Ressourcen geht es auch in eine ganze Reihe von anderen Games, von Rollenspielen oder anderen, die es schon vor Minecraft gab, oder auch neueren, die danach herausgekommen sind. Ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist dabei der Spaß, den es macht, sich eine Welt nach den eigenen Vorstellungen zu erschaffen. Das gilt für Minecraft, aber auch für einige neuere Games, wie beispielsweise Blockhood, wo man sich sein eigenes Stadtviertel bauen kann, ähnlich wie bei den sogenannten Neighborhood Games. Blockhood wurde von José Sánchez entwickelt, der wie ich eine Ausbildung als Architekt hat. Mit ihm zusammen habe ich eine ganze Zeit lang in London unterrichtet. Interessanterweise arbeiten heutzutage an der Kreation von Computergames wie Minecraft eben auch Architekten und nicht nur Spielenutzer mit. Dahinter steckt meiner Meinung nach das gemeinsame Interesse, die eigene Umwelt zu gestalten und die eigene Wahrnehmung von Raum und Räumlichkeit, künstlerisch, ja vielleicht sogar ideologisch, in diese Umwelt einfließen zu lassen. Das Problem ist, man kann Minecraft positiv, aber auch negativ sehen. Positiv als Antwort auf eine gewisse Frustration. Wobei man sich allerdings auch fragen kann, warum man dieses Frustriertsein überhaupt für sich selbst akzeptiert hat. Hätte man schon früher etwas gegen diese Frustration getan, wäre Minecraft vielleicht heute nicht so erfolgreich. Im Grunde stellt sich die Frage, darf man sich über den Erfolg von Minecraft freuen oder sollte einen das eher beunruhigen? Ich finde, man kann den Erfolg von Minecraft durchaus beunruhigend finden, weil hier etwas in dem Bereich der Repräsentation verschoben wird, um es in der Sprache Schopenhauers oder der Situationisten zu sagen. In eine virtuelle Welt, die nichtsdestoweniger aber real ist, wenn auch in der Distanz. Früher war das anders. Da nahm man echte Steine in die Hand und baute sich daraus ein Haus. Die Methoden des Bauens und der Umgang mit der Architektur haben sich in unserer heutigen Zeit aber grundlegend verändert. Und zwar weniger in Bezug auf die Theorie, als vielmehr auf die Praxis des traditionellen Bauens frühere Gesellschaften. Heute geht man damit abstrakter um und bedient sich virtueller Welten, um den Wunsch nach Gestaltung seiner physischen Umwelt zu befriedigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich eine gute Sache ist. Dieses Bedürfnis wird dadurch zwar teilweise gestillt, aber reicht das wirklich aus? krach komplett so geht. Ich bin mir nicht all Genehmig.. Ich habe es natürlich auch noch gesagt. Jetzt kann ervisachen und mir keinen Verdill Hilfe zu lösen. Check 1st Budget. !